Guten Tag, das bin ich, Flo in meinem Atelier. Mit meiner Band Schöftland habe ich ein neues Album gemacht. So sieht es aus. Leider ist es noch nicht ganz zu alt. Wir sind froh um viel Unterstützung. Als Belohnung gibt es Postkarten, Plakate und natürlich das neue Album. Für grosse Beträge auch ein Original-Gemelde, wie das hier. Für 200 Franken auf dem Plakat aber auch Anpassungen machen. Lieblingsort oder nach Wunsch irgendein Ort. Ich danke im Namen von ganz Schöftland. Lass es laufen. Und wenn du heiß hast, dann geh baden. Und wenn du kalt hast, dann zieh dir etwas an.